Nix dazu sagen, aber ich sag jetzt was, der Frank macht einen Erstflug mit die Piper, die wir da jetzt gerade am Start sehen, die ist gerade fertig geworden. Er hat mir gesagt, dem geht sowieso schon die Düse, na jetzt hast du endlich einen Spiel. Erstflug. Ja, werte Gäste, wir sehen eine Attraktion, den Erstflug, einen Jungfernflug. Eine Piper steht am Start, der Frank hat die gebaut. Und dem geht die Düse jetzt natürlich richtig, hat er mir gesagt. Drücken Sie uns allen die Daumen, dass die Piper auch ihren Jungfernflug heute überlebt. Frank, du weißt ja, was das dann heute Abend bedeutet, ja, wenn die Heil runterkommt. Eine Kiste. So, jetzt haben wir gesehen, das Triebwerk wird jetzt angelassen. Natürlich alles nagelneu. Und das dauert natürlich ein bisschen, bis dieser Motor anspringt. Der ist wirklich nagelneu, der ist noch nicht gelaufen, großartig. Frank, du kennst ja das Sprichwort, wer lange fliegen will, muss lange aufziehen. Jetzt läuft's ja. Nach vorne geht's noch. Das Herz klopft, sagt Gott. Dann hat er das schon gerade in seinem Flugleiter übernommen gesagt. Er soll aufpassen, dass der da wirklich alles richtig macht. Dass er auch das richtige Modell drin hat und Modellspeicher. Das ist dann natürlich... Der hört mich jetzt überhaupt nicht mehr. Der hat da vorne... Die Jungs da vorne haben eine Militärbox extra hier bekommen, damit sie auch was mitbekommen, was wir hier moderieren. Und auch für die Jüngsten in der Musiker liegen. Ich bin ein großes Mutt. Ja, ich drück mir die Daumen. Ich hab auch einen schönen Titel für dich. Komm, gib Spaß. Jens, komm mal bitte zu mir. Jens, komm mal bitte zu mir. Jens, ich bin ein Trigger. Alle, die drücken können. Ja, ich bin ein Trigger. Ja, da kommt dabei. Ja, da Depois ist natürlich spannend. Einen ist das ganz klar. Jetzt haben wir auch kurz viele Stärz hier. Ein dunkler Flugachter, der Flugschau. Das gibt eigentlich oder keine Gewerte gestern. Es ist mir eigentlich noch nie passiert. Aber naja, der Frank hat auch keine Nerven. Ich bin auf dem Literalfolge. Jetzt kommt noch ein Gips. Eine Rollversuche, jawoll. Aber das sieht wirklich gut aus. Bericht auf? So, Braun sagt, ready to go. Alles fertig. Komm Frank, deine Mucke läuft schon. Gib noch ein bisschen Gas. Füße der Luft, ich bin begeistert. Schon alleine, dass es einen Applaus wird. Sehr schön! Was für ein Koffer, Frank! Ich bin begeistert. 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 Komm Frank, mach mal einen schönen langsamen Überflug. Hol sie mal runter die schöne neue Maschine. Ach guck hier, das ist unglaublich. Gleich erst mal Putzflug mit einer niegelnagelneuen Piper. Das ist kein Piper. Rückenflug. Ich glaub's nicht schon dreimal. Ich glaub's nicht. Was ist das für ein Modell? Das ist keine Piper? Das ist keine Piper, das ist eine D-Cathlon. Eine D-Cathlon? Das Modell ist eine D-Cathlon. Okay. Okay. Der Frank hat's mir gerade über den Flugleiter gesagt, das ist eine D-Cathlon. Das ist keine Piper, das ist eine D-Cathlon. Ach so. So kann man sich verschätzen. Aber Frank trotzdem muss sie eine Kiste bezahlen, wenn die heile unten ist. Schöner, langsamer Überflug. Jawoll. Frank, bitte ein bisschen weiter drüben fliegen. Du kostest mir zu dicht an den Zuschauer. Du kostest mir zu dicht an den Zuschauer. Das ist ein bisschen mehr drüben. Der T-Cathlon ist nix und dann ist das Kiste nicht. Der T-Cathlon ist auch noch ein bisschen weiter drüben. Musik Musik Jawoll, sehr schön Das ist ein riesen Applaus wert, glaube ich Das ist halt cool, aber auch Frank, Senioren-Pflück Frank